Ich will noch mal sagen, dass ich die Entscheidung der FIFA, die One Love Binde zu tragen, einen großen Fehler finde und es ist nicht in Ordnung, wie die Verbände da unter Druck gesetzt wurden und das will ich noch mal ganz deutlich sagen, es ist in heutigen Zeiten völlig Unverständnis, dass die FIFA nicht will, dass man offen für Toleranz. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR